Ja, herzlich willkommen zu einem kleinen weiteren Erklärvideo zur letzten Veranstaltung. Ich will hier nochmal wiederholen, was das Gesetz zur Nutzung von erneuerbaren Energien im Wärmebereich, kurz auch EE Wärme G, eigentlich verlangt von Ihnen und wie da die Nachweise zu führen sind. Schauen wir uns das kurz an. Also Ziel soll es sein, dass ich erneuerbare Energien nutze zur Bereitstellung der Wärme im Gebäudebereich. Das muss ich natürlich zunächst einmal definieren, was überhaupt erneuerbare Energien sind. Das sind Wärmeenergien, die ich dem Erdboden entnehme, auch Geothermie bezeichnet. Ich kann die Wärme der Luft oder dem Wasser entnehmen oder Wärme nutzbar machen. Des Weiteren ist auch die Nutzung von Solarstrahlung zur Deckung des Wärmeenergiebedarfs eine erneuerbare Energie im Sinne dieses Gesetzes. Natürlich Biomasse und zwar feste, flüssige oder gasförmige Biomasse. Das heißt entweder abbaubare Anteile aus Abfällen, Deponiegas, Klärgas, Klärschlamm, Pflanzenöle oder natürlich auch Holz. Das ist auch eine entsprechende Biomasse. Und was man jetzt hierbei auch noch beachten sollte, ist, dass das gesamte Paket oder das Gesetz vom Eigentümer des Gebäudes diese Nutzungspflicht verlangt. Das heißt, an dieser Stelle sollten Sie auf jeden Fall einen Hinweis in Ihren Nachweis nach Energieeinsparverordnung einbringen, dass der Bauherr bzw. Eigentümer verpflichtet ist, das EE-Wärme-G einzuhalten, entsprechend Ihres Nachweises und auch die entsprechenden Dokumente aufbewahren muss. Das Gesetz definiert jetzt weiter, in welchem Umfang die einzelne erneuerbare Energie genutzt werden muss. So spricht das Gesetz zum Beispiel bei solarer Strahlungswärme, Strahlungsenergie, von einem sogenannten Deckungsanteil von mindestens 15%. Und zwar bezogen auf den Wärme- und Kälteenergiebedarf des Gebäudes. Jetzt müssen wir uns hier anschauen, dass es da zunächst einen kleinen Unterschied gibt. Nur bis jetzt bekannten Energiearten, das heißt, wir hatten bis jetzt Primärenergie, Endenergie und Nutzenergie. Schauen wir uns das an, wo ich die zu finden habe, letzten Endes am Gebäude, in so einem kleinen Schema. Das heißt, in meinem Raum selber brauche ich natürlich die Heizwärme-Energie, den Heizwärmebedarf oder auch den Wärmebedarf für das Trinkwarmwasser. Das heißt, hier an dieser Stelle habe ich die Nutzenergie. Damit ich das bereitstellen kann, brauche ich eine Wärmeübergabe. Ich brauche eine Wärmeverteilung und ich brauche in der Regel auch eine Wärmespeicherung. Davor natürlich auch eine entsprechende Wärmeerzeugung. Und die Energie, die ich hier hinten in die Anlage hineinstecke, das ist meine Endenergie. Bei der Erzeugung entstehen Erzeugerverluste. Und die klammert das Gesetz, das EE-Wärme-G, aus. Das heißt, der Wärme-Energiebedarf im Sinne des EE-Wärme-Gesetzes setzt erst an dieser Stelle hier an. Das heißt, es ist nicht die Endenergie. Das hier ist nicht gleich die Endenergie. Sondern eine Energie, die um die Wärmeerzeugungsverluste verringert wird. Das ist natürlich jetzt etwas schwer aus den Tabellen abzulesen. Wir haben ja bislang nur die Endenergie bestimmen können. Deswegen hilft vielleicht eine kleine Überlegung weiter. Wenn ich also jetzt per Gesetz 15% des Wärme-Energiebedarfs decken muss, zum Beispiel durch Solarstrahlung, 15%, dann ist es auf der sicheren Seite liegend auch möglich, vereinfacht zu sagen, ich beziehe das auf die Endenergie. Das Einzige, was ich vernachlässige, ist letzten Endes der Erzeugungsverlust. Das heißt, ich kann sagen, es ist zwar nicht gleich, aber es ist gleich genug. Um mir den Nachweis etwas zu vereinfachen. Wichtig ist noch, das Gesetz spricht von Wärme-Energiebedarf. Das heißt, ich habe hier an dieser Stelle als Endenergie nur die Wärme-Energie, die Endenergie der Wärme-Bereitstellung zu beachten. Das heißt, die gesamte Hilfsenergie wird da ausgeklammert. Gucken wir uns gleich am Beispiel. So, jetzt gucken wir weiter. Das heißt, ich habe solare Strahlungsenergie 15%. Wenn ich gasförmige Biomasse nutzen möchte, sind es mindestens 30%. Bei flüssiger Biomasse oder fester Biomasse mindestens 50%. Bei Nutzung von Geothermie und Umweltwärme auch 50%. Zusammenfassen kann, zum Beispiel in dieser Tatsache, dass ich sagen kann, okay, abhängig von der Art der erneuerbaren Energie ergibt sich ein geforderter Deckungsanteil. Hier stecken dann die 15%, 30, 50, 50, 50% und hier die entsprechenden Anmerkungen aus dem EE-Wärme-G. Wenn wir uns das für die einzelnen Energieformen dann im Weiteren anschauen, zum Beispiel für die solare Strahlungsenergie, dann kann ich da Vereinfachungen finden zur Nachweisführung. Bei der solaren Strahlungsenergie kann ich nämlich sagen, okay, oder das Gesetz sagt, der Mindestanteil gilt als erfüllt, wenn ich bei Wohngebäuden mit höchstens zwei Wohnungen eine Fläche von mindestens 0,04 Quadratmetern je Quadratmeter Nutzfläche realisiere. Also 0,04 Quadratmeter effektive Solarthermiefläche pro Quadratmeter Nutzfläche. Das finden wir auch wieder entsprechend in dieser Tabelle hier. 0,04 Quadratmeter Aperturfläche pro Quadratmeter Nutzfläche. An der Stelle sehen wir AN nach Energieeinsparverordnung 0,32 mal V. beheiztes Volumen. Also Solarthermie wird sicherlich eine Rolle spielen bei Ihnen im Wohngebäudebereich. Gasförmige Biomasse, flüssige Biomasse wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ein Holzpelletkessel. Und da ist dann im Weiteren gefordert ein bestimmter Kesselwirkungsgrad für Biomasse. Im Wohngebäude wird die Heizleistung unter, deutlich unter 50 Kilowatt liegen. Das heißt, ich habe einen Kesselwirkungsgrad von mindestens 86%. Bei Geothermie und Umweltwärme gelten gewisse Mindest. Also ich brauche einen Wärmemengen- und Brennstoffzähler. Und es gibt gewisse Mindestjahresarbeitszahlen. Bei Luftwasser- und Luft-Luft-Wärmepumpen sind das mindestens 3,5. Bei anderen Wärmepumpen mindestens 4. Also bei Wasser-Wasser-Wärmepumpen zum Beispiel. Aber die sind unüblich im Wohngebäudebereich. Wichtig ist jetzt noch, dass auch Kombinationen möglich sind. Das finde ich auch an Kombinationen oder stets. Ich kann also verschiedene Maßnahmen miteinander kombinieren. Wenn ich also zum Beispiel eine Holzpelletanlage kombiniert habe mit einer Solarthermieanlage, was ja durchaus Sinn macht, dann kann ich das beides auch berücksichtigen. Jetzt gibt es noch weitere Maßnahmen, sogenannte Ersatzmaßnahmen, die ich statt der Nutzung von erneuerbaren Energien auch ansetzen darf. Das wäre zum einen, wenn ich den Wärme- und Kälteenergiebedarf zumindest 50% aus Anlagen zur Nutzung von Abwärme decken kann. Das wären zum Beispiel Lüftungsanlagen mit einer entsprechenden Wärmerückgewinnung. Also auch das durchaus üblich im Einfamilienhausbereich. Eine Ersatzmaßnahme sind auch Anlagen aus Kraft-Wärme-Kopplung. Wenn ich also thermische Energie und elektrische Energie bereitstelle. Und eine Ersatzmaßnahme ist auch die Einsparung von Energie bezogen auf die Energieeinsparverordnung. Schauen wir uns dazu speziell nochmal die Nummer 7 der Anlage an. 5, 6, 7 Maßnahmen zur Einsparung von Energie. Das gilt als Ersatzmaßnahme, wenn der jeweilige Höchstwert des Jahresprimärenergiebedarfs und wichtig, und die Anforderung an die Gebäudehülle. Anforderung an die Gebäudehülle ist mein spezifischer auf die Umfassungsfläche bezogener Transmissionswärmeverlust. Beides um mindestens 15% unterschritten wird. Wenn ich also den Primärenergiebedarf um 10% und die Transmissionsverluste um 30% unterschreite, dann gilt das jeweils schlechtere. Also da gilt nur die 10% dann beim Primärenergiebedarf. Bei öffentlichen Gebäuden gibt es andere Anforderungen, die wir uns hier aber dann nicht im Weiteren anschauen. So, gucken wir uns also jetzt das Beispielgebäude kurz an. Zunächst, der erste Schritt, den ich machen muss, ist, ich brauche meinen Endenergiebedarf zur Wärmebereitstellung. Das Ganze machen wir jetzt erstmal für die Variante 1. So, Endenergiebedarf, da habe ich ihn. Das heißt, ich habe einen Wärmeendenergiebedarf bei meiner Variante 1 von ungefähr 45 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Ich habe also 45 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr mal 280 Quadratmeter. Das heißt, ich habe einen Endenergiebedarf von 12.600 Kilowattstunden pro Jahr. Die verwendete Anlage war Gas plus Solarthermie. Das heißt, da habe ich natürlich die entsprechende erneuerbare Energie, Solarthermie. Und ich habe eine Unterschreitung der NF. Muss ich nachschauen. So, und da stelle ich fest, ich habe meine NF eben nicht unterstrichen, unterschritten. Das Gebäude wäre also sowieso nicht zulässig. Trotzdem gucken wir mal, was der Nachweis nach EE Wärme-G sagen würde. Nein, keine NF-Unterschreitung. Weitere Ersatzmaßnahmen habe ich auch nicht. Das heißt, bei der Nutzung von Solarthermie kann ich also jetzt sagen, Anforderung nach EE Wärme-G wäre, ich habe eine erforderliche Fläche der Solarthermieanlage von mindestens 0,04 mal 280, das heißt 11,2 Quadratmeter und zwar größer gleich. Wenn ich so eine Solarthermieanlage bauen würde, dann hätte ich das EE Wärme-G erfüllt. Für die weiteren Anlagenvarianten überlegen wir uns das jetzt nur mal kurz, was da das EE Wärme-G sagt. So, die zweite Anlagenvariante war eine Luft-Wasser-Wärme-Pumpe. Als alleinige Technik, geforderter Deckungsanteil 50%. Wenn ich das aber als alleinige Technik, gegebenenfalls zusätzlich eines elektrischen Heizstabs verwende, habe ich auf jeden Fall das EE Wärme-G erfüllt. Bei der Anlagenvariante Nummer 3, das heißt einem Holzpelletkessel mit solarer Trinkwassererwärmung, natürlich das Gleiche. Ich habe zwei regenerative Techniken, Holz- und solare Wärme-Energienutzung. Insofern wären bei den Anlagenvarianten 2 und 3 das EE Wärme-G auf jeden Fall erfüllt.